Herzlich Willkommen und moin moin zu einer neuen Folge 7 days to die von eurem leid geplagten Ragnar Bertholzern. Ach, leid geplagt. Warum? Die letzte Aufnahme war mal wieder für den Arsch, da das blöde Aufnahmeprogramm den Ton gar nicht aufgenommen hat. Ja, da hat man ein neues Mikro und was bringt's? Nisch. So, also auf ein neues. In der Zeit habe ich übrigens da hinten am See dieses komische Weinhaus geplündert. Das war glaube ich in der letzten Folge, wo die Quali so scheiße war. Und dann habe ich noch diese Hillbilly-Ecke leergeräumt von unseren Verschwörungstheoretikern. Das war wenig einträglich. Und jetzt mache ich was, was man eigentlich nicht machen sollte. Aber irgendwas Blödes muss man ja machen. Und gehe des Nachts auf Pirsch. Das wird wieder viel Fluchen geben, das wird viel Meckern geben, das wird super. So, wo kommen wir her? Wo könnte denn was Schönes sein? Wollen wir mal sagen, wir gehen heute mal rechts den Weg lang. Und gucken mal, wie schön wir das verkacken können. Ja, bis 22 Uhr sind die Zombies noch relativ ruhig. Aber ich habe so das Gefühl, das wird länger dauern. Und dann wird es echt ungemütlich. Das wird super. Wir folgen einfach mal den Weg hier. Irgendeine Hütte will da schon auftauchen. Auf Fischerei habe ich jetzt keinen Bock gehabt. Außerdem muss man ja mal neue Gegenden erkunden. Und garantiert ist hier oben irgendwas. Der See war irgendwie aus der Ferne betrachtet echt voll gebaut. Ja, gucken wir mal über den Hügel. Lähmenschutzwald, super. So. Juhu. In dem Häuschen da hätten wir ja auch schon. Das war ebenfalls wenig ergiebig. Da ist eine Brücke. Ich habe noch nicht ein Zombie gesehen. Wir müssen hier los. Tote Hose. Aber da. Da zappelte. Oh, bitt, 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 bitt. Jetzt gibt es Pferd aufs Maul. Bam! Nummer eins. Und Nummer zwei. Das war einfach. So, gucken wir mal da. Da hinten ist ein Häuschen. Das nehmen wir mit. Mal gucken, wie schnell wir das hier hinbekommen. So. Gute Frage. Nächste Frage. Können die Viecher schwimmen? Auf jeden Fall geht die grad mal baden. Das find ich aber gut. Zombies, die sich sorgen um die Körperhygiene machen. Alter. Nicht jetzt? Oh, böser Baum. Böser Baum. Ja, ich geb's dir richtig hart. What? So. Was hast du davon, dass du hier arme, kleine Bäume verprügelst? Leute wie dich können wir hier nicht besonders gut leiden. Da ist der Nächste. Und? Waaah! Hä? Warum das denn hier? Wie hab ich dir jetzt Schaden genommen? Dieses Spiel will mich ärgern. Bin ich mir ganz sicher. Das ist jetzt darauf ausgelegt, dass ich hier sinnlos Schaden bekomme. Na, Mäuschen. Und wie denn Schaden? Wo kam denn das her? Ist doch keiner. Oder schlagen die mich, wenn die am Boden liegen? Assis. Find ich nicht nett. Boah, ist aber schön. Das ist buggelisch. Hätten wir nicht so ein schönes Haus mit hohen Mauern, würde ich hier glatt einziehen. Und das kleine Loch hier unten. Das krieg ich mal gestopft. Kein Ding für den King. Na? Habt ihr einer durch die Decke gefallen? Nö. Dann gucken wir erstmal. Ja, ein Haufen Müll. Noch mehr Müll. Soll ich zerlegen? Ja, aber mit bestimmt Papier raus. Genau. So, das war... Ach, gucke mal. Na, El Coilo? Oh. Das war nichts. Machen wir mal. So, jetzt schlag mich nicht wieder. Oh. Zwei Power-Attackes ausgehalten. Nicht schlecht, Brombe. Jo. Gut Company. Na, wo bist du? Um die Ecke? Wo sonst? So. Dort. Und dron. Ich versuche schon wieder, sich hier irgendwo durchzukloppen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich gleich von hinten... auf den Deckel bekomme. Ja, ist das doch. Na, du Assi? Hast Krach gehört? Ups! Und wie der... Auf allen Seiten des Kopfhörers. Als würden sie neben mir stehen. Assi, ey. Ach, da oben. Moin. Ja, ich komme zu dir. Mach dir keine Mühe. Wir sind doch Kumpels. Nee, du musst dir gerne keine Sorgen machen, dass auch du aufs Bauch kriegst. So. Na? Alle am Röcheln hier. Mann, geht's denen schlecht. So. Seid ihr jetzt langsam mal soweit? Habe doch hier mal nicht so einen Alarm, ey. Da bist du ja. Mensch. Hat er aber schwer getan jetzt hier. Dafür machst du so einen Leer. So. Ist jetzt Ruhe? Schön. Gleich viel besser. Oh, kann ich die mitnehmen? Ich will eine Taschenlampe. Plock. So. Wir machen erstmal hier den Weg frei und dann kicken wir mal was für schönes rum. Putz! Oh, die mache ich gleich fertig. Munition. Sehr schön. Ey, was war das denn? Ekelhaft. Ekelhaft. Meine Güte. Essen. Als hätte ich nicht genug Essen. Aber gut. Wir nehmen mal was wir kriegen können. Oh. Guck mal. Zieh da her. Oh, Fleisch finde ich aber geil. Fleisch finde ich richtig gut. Oh, das trinken können wir mal. Putz! Da oben. Wen haben wir denn da? Na, Mäuschen? Boat's. Trada. Bist kaputt? Gut. Glitch. 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 Jetzt kommen wir gleich wieder von allen Seiten hier. Und stehe ich da. Bin tot. Guck da. Moin Mäuschen. Ups. Boah. Eilen Seiten. Keine Ahnung, wo es hier ist. Hier kommt. Da. Alles klar. Hier auch. Wir nehmen jetzt mal dicht kaputt. Gibt ihr da hinten auch noch ein bisschen? Ja. Gut. Ja, gibt die Mühe. Ganz viel Mühe. Gibt ihr ganz viel Mühe. Gart. So. Hat es nicht so viel gebraucht, der Mühe geben. Bisschen enttäuscht von dir. Mumpel. Die nehmen wir. So, Leute. Es ist ein Saustall hier. Nächst mal, wenn ich zu Besuch komme, macht die Ordnung. Kann man, wo die angehen. Unter aller Sau sieht es hier aus. Was ist das denn? Shorts und Muskelshirt. Ja. Was soll ich sehen? Ne. Wow. Was ist denn dein Problem? Ist aber voll jetzt hier. Boots. Seitenwechsel. Wieso? Ach so, es ist Nacht geworden. Scheiße, oder? Ne, noch nicht. Das Ruh. Das wird eng. Das wird eng. Das wird eng. Das wird eng. So, Nummer 1. Und die Schamon. Sehr schön. Knüffelige Situation. Und, ha, souverän gelöst. Gut. So. Ruhe. So leicht ist es. Das geht hier. Easy von der Hand. So, jetzt brauche ich noch eine Wrench. Und dann bin ich glücklich. Aha. Jamais. Gemütlich. Ich sag ja, ich würde hier einziehen. Sofort. Blick auf den See. Wow. Der Flieger. Kommt der hier rein? Ne. Hau ab. Verpiss dich. So. Wo kommt denn das jetzt schon wieder her? Juhu, Juri. Wo bist du? Ich kann dich hören. So. Müll. Samenflieger. Das war gut. Was ist denn hier schon wieder für ein Alarm? Leute. Ne. Das geht so gar nicht. Drecksäcke. Ja, wo denn? Wo kommt der her? Ach, man zu fauchen. Mach ja, Junge. Oh, ich kann doch wirklich. Deko. Wo denn? Wo klopst du denn hier sinnlos drauf, Junge? Ja, ist das ernst? Das höre ich. Ja, ganz ernst. Ganz ernst. Ganz ernst. Oh. So ernst. Oh. So, jetzt hast du was kaputt gemacht. Danke. Die schöne Hütte. Die schöne Hütte. Hier ist es Ruhe. Ist ein Splitter eingefallen? Tetanus? Wahrscheinlich. Ah, jetzt macht er wieder Alarm. Infektion kämpft. Ganz flotter. Immunsystem wie ein Tier. Super. So. Kann waschen. Nö. Hi, da bist du ja. Hä? Dafür hast du jetzt so lange gebraucht. Um ein paar Stufen zu nehmen, oder was? Komm. Wah. Ist da wieder? Putz. So. Ich bin so lange auf den Sachen. Da kriegst du nichts geschissen. Das sind mir die Liebsten. Ich zeige dir mit dem Holzstuhl. Was zeige ich dir mit dem Holzstuhl? Wo ist das blöde Ding? Die zerlegen. Alles. Weg. Weg, 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 weg. Was ist denn der blöde Stuhl? Da. Was zeige ich mir mit dem Holzstuhl? Affig. So. Aber leider keine Blöde. Na, hier. Wer heißt der? Der Scheiß hier. Na? Na? Wasserpumpenzange. Weißt du? Ein bisschen Stahl noch. Oh. Da ist er wieder. Ne, Kolle? Wow. Da fliegt er. Abgang. Und tschüss. Da ist noch eine Blume. Wir machen uns das richtig glücklich. Das wird super. So. Das war jetzt recht ergebnislos. Bin wieder mal teilfrustriert. Da habe ich mir mehr erwartet. So. Die Autos. Ja. Da ist bestimmt noch was drin. Das ist bestimmt was tolles. Komm. Gib. Gib, gib, gib. Jo. Oh, die Lebe. Monizierung. Oh, geil. Eine Knarre dabei. Und die. Nicht mal am Gürtel. Aber gut, dass sie da ist. Theoretisch könnte ich. So. Stern klar. Herrlich. Geht's auf den langen Marsch nach Hause. Wunderschön. Der Wald bei Nacht. Fast romantisch. Vielleicht kommt da noch eine Käsebine vorbei. Und wir können hier die Decke ausbreiten. Wobei ich befürchte, die wird zwar feucht und warm sein, aber nicht da, wo ich das bevorzuge. Oh, das ist so kaputt. Junge. So. Es ist Nacht. Kein Schwein begegnet mir. Fast schon langweilig. Habe hier immer einen ganzen leeren Krügel mitgenommen. Oh, ist die alte abgesoffen? Aber die ist sauber. Vielleicht doch noch eine Decke. Und ein kleines Stell-Dich-Sein. So. Fühl mal die Krügel gleich auf. Das brauchen wir gerade nicht. So. Gib mir Wasser. Komm mal, ich reine mit, Junge. Du bist nass. Wow. So. Fühl mal einen Speck. Speck, 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 Speck. Na komm, bald. Wir gucken mal. Äh, oh, ich hab den Speck jetzt hingelegt. Da. So, das war trotzdem wenig ergiebig. Da ist wieder eine. Hi. Nicht weiblich, aber naja. Ich bin so böse. Der haut echt zu, wenn er am Boden liegt. Blöder Perl. So. Nummer eins. Da hinten wackelt noch was. Uhuhu. Guck mal. Die hat sich sogar schick gemacht für mich. Das ist super. Oh. Hi. Na du? Mösschen? Hast du ne Decke? Was ist das, was ich vorhabe? Was ist das, was ich vorhabe? Blöde Kuh. Assi. Keiner hat mich lieb. So. Kommt noch wer? Ich laufe. Ah, hallo. Der nächste, bitte. Na du? Ja. Ich hab dich auch lieb. Boots. Boots. Und wir. Ja. Das Leben ist schwer, ne? Tut mir leid. Jetzt laufen wir hier schon ein bisschen Kreuz. Tier wär mal geil. Können wir da ein bisschen Fleisch gebrauchen. Wäre ja sinnig, wenn die nachts rauskommen würden, ne? So ein kleines Reh. Ich ess auch Bambi. Ich hab gar keine Schmerzen mit. Aber. Heute nicht. Na gut. Ab nach Hause. Ein weiterer sinnloser Feldzug. Oh. Hi. Na. Du beeilst dich ja richtig. Das ist schön. Das ist richtig schön. Das ist nett von da. Muss ich nicht warten. Die Leute meinen's gut. Add of stamina. Mal wieder. Boots. Gib mir Tee. Also dafür, dass hier nachts so gefährlich sein soll. Eigentlich gerade ganz. Glitch. Das ist der nächste. Hei. Na. Du machst dir das Gras kaputt. Stur Penner. Hat sich an der Mühe mitgegeben. Spitz jawohl. Und er hört. Kein Anstand. Kein Anstand. Du hast es auch wieder so eilig. Rabbe. Und weg. Hallo. Bambi. Bambi. Boah. Was war das? Was war das? Die Graphic Engine hat Epilepsie. Du bist nicht Bambi. Schweinerei. Ja wo denn? Ach da unten. Ach du. Ja. Wegfindung. Bäume. Blöd. Klasse. Eifer. Noch einer hier. Den schönen Wald kaputt macht. Ach. Ich finde das nicht gut. So. Mokulitsch hier. Ja. Ich sehe noch so eine schöne Hütte finden. Wäre dann gar nicht gruselig. Aber nö. Da findest du gar nichts. Gar nichts. Tote Hose. Ich glaube da hinten ist schon wieder zu Hause. Ja. Gut. Sufty first. So. Das ist dezent frustrierend gerade. Keiner hat was gedroppt. Gefährlich war das jetzt auch nicht unbedingt. Warum nicht der denn hier rum? Guck mal. Hau mal ab hier. Gesperrt. Tut mir leid. Heute nicht. Na ja. Bringen wir mal den Scheiß weg. Vielleicht können wir aber was schönes bauen. Verrotten der Müll. Money, money, money. Auch nichts passiert. Hier brennt das Feuer sinnloser Weise. So. Können wir eigentlich wieder ein bisschen Tee machen. Tee, tee, tee. Erst mal was abgucken. Ach, das ist ein bisschen mehr. Okay. So. Wir nehmen den ganzen Futter hier weg. Dosenfleisch. Haben wir das schon? Oder nicht? Normales Fleisch. Da können wir wieder ein bisschen was draus machen. Das geben wir auch gleich mal in Auftrag. Okay. Ja. Speck, ja mal. Putz. Das. Jetzt will ich hindudeln. Verrottenes Fleisch. Bisschen Stoff. Ich topf Pflanzenfüchter. Ich dekoriere hier gleich. Den Fleisch. Hier noch. Das kann voran erst hin. Farbe, Müll. Zerlegen den Scheiß. Ö. Ö du. Was ist das? Hä? Ja, schön. Mir fällt gerade auf, ich habe keinen Schatten. Warum habe ich keinen Schatten? Vampire. Irre. Super cool. So. Sachen wegbringen. Wir brauchen dringend mal ein bisschen Licht. Ein paar Kerzen wären geil. Noch eine Knarre. Das ist eigentlich ganz knarr. Zwei behalte ich, aber den ist auch mal gut. So, wir haben noch ein bisschen Mumpeln gefunden. Gibt es einen Schuss? Das ist noch ein bisschen wenig. Armbrustbolzen. Dann werden wir uns nachher mal eine schöne Armbrust bauen. Shotgun gibt mir eine Flinte. Eine Flinte wäre ja auch was Schönes. Und dann war es das auch. Fährt er rüber. Haben wir hier irgendwas Sinniges? Das ist noch ein bisschen Öl, ein bisschen Papier. Das war echt... Irgendwie voll für den Arsch. Meine Güte. Das ist jetzt schon die zweite oder dritte Runde, die einfach nicht viel gebracht hat. Die schnärft. Hier die Farbe, ja. Farbe rein. Da sind die Arsch weg. Kann vorne sind. Kann vorne sind. Kann vorne sind. Weg damit. Korn. Korn. Blutgott. Warhammer. Immer gut gekühlt. Und dann natürlich ab unter die Spüle. Zack. Zack. Und größere Themen können wir auch rein. Denn der ist gerade so unsinnlos. Na jetzt. Die Topfpflanze. Mit dekorieren wir gleich. Das, das, das freue ich mich da drauf. So muss eine schöne Ecke. Die Teile. Irgendwie auch rein. Zack. Jetzt stellen wir jetzt mal Blumen auf. So. Ach. Der Scheiß schon wieder. Die blöden Buchstaben. Ey. Das ist affig. Aber wir treiben uns ja viel hier rum. Wir machen uns doch. Machen wir schön da. So. Das ist doch klasse. Super. Wunderschön. So. Noch mal aufs Klo. Da. So. Dann sind wir schon fast wieder bereit für die nächste Tour. Aber wir werden gleich jetzt mal hier die Quest fertig machen. Wenn da diese blöden Holzkisten noch ein bisschen verbessern. Den legen wir hier. Ja. Dann können wir uns so ein bisschen anlegen. Muggelitsch. So soll es doch sein. So. So. Plop. 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 Guck mal. Sieht das doch aus wie gewollt. Ne. Also wenn ich kein Handwerk nehme. Den weiß ich auch nicht. So. Mache ein Lagerfeuer aus. So. Soll ich jetzt echt noch eins machen. Das ist so alles affig. So. Erstmal lassen wir hier mal Fettigbaum spielen. So. Ich. Probier mal was. Kann ich das nicht aufheben? Ne. Na gut. Dann haben wir halt ein neues Lagerfeuer. Oh. Jetzt wird es schön oben auf dem Deckel. Jetzt haben wir das hier noch. Fast nicht lange beschäftigt. Und ich werde euch da die ganze Zeit dran teilhaben lassen. Super. Ich glaube ich könnte mal hier. Level up. Genau. Sechs Punkte. Da geht auch was. Hier können wir ja schon mal ein bisschen kaufen. Ein bisschen stärker. Kriegen wir ein bisschen mehr. Ein bisschen weniger Stamina. Ein bisschen mehr Inventar. Dann machen wir es noch ein bisschen schlauer. Masterchef. Können wir noch nicht. Because my intellect is blind. So. Hast du was gebracht? Nicht viel wahrscheinlich. Aber egal. Mal hin jetzt. Alter. Das Werkzeug ist echt. Bevor die Platte fertig ist. Wieder kaputt. Diese scheiß Beginner-Tools. Nervt das. Ja. Und sonst so? Habt ihr Spaß? Ich nicht. Kein Stück. Ja. Es ist echt kaputt. Bevor es. Alter. Alter. Ist das nervig, ey. Das war ja mal jetzt. Wenn ich komme nicht. Ja, natürlich komme ich nicht durch. Ach, komm, ey. Ja. Geil. Ich nehme die scheiß Treppe. Fängt euch doch. Stell dir hin. Da geht's raus. Meine Fresse, mal eins. Geiler. Sehr gut. Das ist auch mit dir. Oh, hier oben noch ein Feuerchen. Zack. Das ist. Wenn uns nachts verkeilt wird, können wir uns hier wärmen. So. Lagerfeuer fertig. Gute Arbeit, Überlebende. Du hast bewiesen, dass eine ganze Menge Potenzialen geschlummert. Wir haben den nächstgelegenen Außenposten von Right to River auf deiner Karte markiert. Dort wirst du einen Händler finden, bei dem du Waren kaufen und verkaufen kannst. Und du kannst Geschichten mit einem unserer friedlichen Bürger austauschen. Wow. Wenn das kein Anreiz ist, also dann, dann weiß ich auch nicht. Das ist ja irre. Gehen wir doch ganz schnell dahin. Aber ganz schnell. Machen wir nochmal. Heile. Hallo. Wieso nicht? Was brauche ich da noch? Was fehlt denn da? Eisenfisch. Ach so, Eisen wahrscheinlich. Na gut. Dann halt nicht. So. Die haben wir nun mittlerweile auch Quests. Das ist ja ganz cool. Wo muss ich denn da hin? Ja, das ist ja also ums Eck. Quasi nebenan. Mal alles raus. Ja. Dann würde ich sagen. Auf geht's. Die könnten schwimmen. Klingt wenig sinnig. Wenn man sich von einem Schild erschreckt. Geil. So. Wir rennen wieder querfeld auf. Äh, ein. Und hoffen, um irgendwelche Dödel zu treffen. Dann bin ich aber anscheinend schon 10.000 Mal langgelaufen. Das ist ja schon so ein bisschen Arsch der Heide, wo ich hier bin, ne? Vielleicht suchen wir uns nochmal ein schönes anderes Häuschen. Das ist ein bisschen zentral. Da liegt irgendwie mit einer Stadt nebenan. Aber wir haben ja auch noch gar nicht unser ganzes Umfeld erkundet. Hier ist ja auch überall noch ein bisschen Luft. Ich will ja noch gar nicht zu laut weckern. Nachdem das ja eben nachts schon so spitze lief, würde ich sagen. Versuchen wir das auch ohne Skrupel nochmal ein. Bellenwolle. So. Da war er übrigens schon drin. Die Ausbeute war beschissen. Ja. So würde ich es ausdrücken. Arg beschissen. Da war quasi nichts drin von wehrend. Ne? Dabei. Unser Verschwörungstheoretiker war auch ziemlich tote Hose. Also klar, da war ein Haufen Zombies. Aber nicht groß was zu holen. Ich könnte da oben die Lampe nochmal amontieren. Aber. Ich habe keine Rohrzange. Ne? Die würde ich ganz gerne haben. Das wäre cool. Wenn ich hier eigentlich einsammle. Schade. Das wäre ja noch cool gewesen. So. Dann kommt da hinten die Fischerei. Und die Brücke. Okay. Blammer. Und gleich mit. Eigentlich ne. Liegt auf dem Weg. Obwohl auf dem Rückweg ist glaube ich die geilere Idee. Weil wir da nicht so schwer beladen sind. Und noch ein bisschen mehr rennen können. Da ist auch noch ein Häuschen. Beliebte Gegend also. Ja. Schön. Aber erstaunlich wenig los. Keine Badehandtüche. Da gehen wir auf den Rückweg rein. Das wird super. Oh. Ein Rie. Ich werde bekloppt. Komm her. Was? Wieso? Juhu. Mir geht so schlecht. Putz. Yeah. Mehr Speck. Gib her. Das ist ein schöner Fund. So. Da ist sie. Ich habe sie doch eben schon gesehen. Willst du schon wieder den Baum schlagen? Putz. So. Noch eine. Putz. Ja. Mir geht es auch schon ganz schlecht. Ehrlich. So. Ich höre mehr. Warum schlagen heute alle Bäume? Aus welchem Grund? Was soll denn das? Muss doch nicht sein. Jetzt mal ehrlich. Jetzt will ich euch was tun. Ne? Jetzt mal wieder ein bisschen mehr aus, ja? Komm, komm, komm. Putz. Hilft ihr nicht. Und. Putz. Und wieder Ruhe. Oh. Durstig. Ja, ein bisschen. Hungrig auch. Da habe ich das schon schön im HOD. Und achte trotzdem nicht drauf. So. Lecker. So, hast du zufällig eine Rohrzeige? Hier war ich schon mal dran. Ah ja. Ich habe schon mal vorbeigekommen. Logischerweise. Das ist ja nicht auf der Kart, ne? So, wo ist hier die Brücke jetzt? Da. Gut. Da habe ich drauf zu. Bist du wer? Ne. Bist du ein Stein? Bist du ein Müllsack? Bist du ein Müllsack? Was für ein Assi, ey? Steckt Nägel in den Müllsack. Arme Müllmänner. Unerhört. Unerhört. Da ist die Brücke. Wo geht's hier hin? Ansel Adams River. Scheiß Name. Hey. Da ist jemand. Hallo. Also, dass die Lichtverhältnisse so schlagartig wechseln, ist echt ein bisschen nervend. Kommt hier die Grafikkugel durch. Und es ist Tafel. Alter. Epileps. Moin, Mäuschen. Na. Mir ist auch ganz schlecht. Muss hier bergauf krebseln, um so einen komischen Händler zu finden. Ach ja. Das Leben als Überlebender ist schon nicht leicht. Jo. Hm. Naja. Ein bisschen von diesem Golden Rod. Ich hab keine Ahnung, was man damit macht. Gibt's ein kaputtes Auto. Kann man nicht mal mehr looten. Fuck. Wen? Wohin? Das bringt doch alles nichts. Und. Blablab. Oh, ich hab noch fünf Fertigkeitspunkte, die ich verwenden kann. Das ist ja irre. Das machen wir gleich mal hier bei Trader Schorsch. Na, Mädel? Ich hau auch erstaunlich oft daneben. Wahnsinn. Oh, wie weit ist denn das noch? 120 Meter und ich seh noch nix. Schön in den Senkel. Aber der Bär gefällt mir. Also, nicht optisch. Das sieht schon arg seltsam aus. Aber. Können wir uns nicht bestimmt schon wieder reinbuddeln. Dauert 20 Jahre. Ey. Ich glaub, wir sind da. Hi. Das sieht aber her. Naja. Echt jetzt? Jetzt hat der noch abgeschlossen. Ich krieg Pickel, ey. Jetzt noch wissen, wann der wieder aufmacht. Das wär so gut. Das wär so gut. Na gut. Kloppen wir Zombies. Da kommt ja schon die Erste. Ich höre komische Vögel. Oder bist du das? Hast du Popeln in der Nase? Ich helfe dir. So. Der ist weg. Keine Sorge. Ich mach das. Ich mach das. Immer noch gesperrt. Gut. Gucken wir uns ein bisschen um. Können wir gleich einkaufen. Super. Was quietscht denn hier so? Kommt mal klar auf euer Leben. Was soll denn das sein, der Lärm hier? Meine Güte. Leute versuchen zu schlafen. Nachbarn. Zerlegen. 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 Und alles nehmen. So. Wow. Hier gibt's nichts zu finden. Hier gibt's nichts zu finden. Nicht mal Zombies. Oder ein Reh. Doch. Guck mal. Da ist einer. Hi. Ich freu' mich genauso, dich zu sehen. Trefft wieder mal nix. Oh. Schmerzen. Jetzt bestimmt. Putz. Wow. Der hat sich geil gedreht. Das ist hier. Erlebnisurlaub in mir. So. Gibt's hier noch was? Hallo. Talk to Trader. Würde ich gerne machen. Ist mir verwehrt. Der Penner hat selbst in der Apokalypse Eröffnungszeiten. Unglaublich. Joa. Du wartest. Ich muss hier noch durch den Müll gucken. Kann ich dir nicht zerlegen. Gut. Ja. Jetzt komm ich. Willst du auch den Baum? Was ist das hier für eine Öko-Fraktion jetzt? Du bist aber grummelig, mein Freund. Muss doch nicht sein. Noch einer. Hi. Bis ich da bin. Habe ich wieder genug Kraft, dir richtig auf die Fresse zu holen. Rums. Scheiße. So. Ruhe. Ist das? Stein. Gut. Sammeln wir Steine. So. Jetzt haben wir es 5 Uhr. Halbe Stunde vertrödelt. Vielleicht dürfen wir jetzt rein. Ich meine, Junge ist hell. Mal auf die Hülle. Das ist Kundschaft. Okay. Traitor Jones. Full. No money back. Guarantee. Super. So. Gebt kein Geld zurück, aber ist verschlossen. Ich hau dir die Brücke gleich kaputt hier. Richtig fies auf die Ome. Sackgesicht. Könnten derweil auf den Berg klettern? Ich glaube, das machen wir. Das ist Kletterpartie. Das schaffen wir. Was macht man typischerweise, wenn man auf den Berg klettert? Baum fällen. Nur um zu sehen, wie schön der runter kullert. Ich will es echt ein bisschen sehen. Lass. Mal sehen, was die Physik engine kann. Sinnlose Aktionen in einer sinnlosen Welt. S. S. Dann können wir uns vielleicht mal auf der Karte markieren, wo die Biome sind. Ich meine, das ist ja anscheinend relativ hoch, das Ding hier. Butz, Butz, Butz. Butz, Butz, Butz. Es geht immerhin schneller als dieses ätzende Betondach. Das ist, äh, wir kriegen leider ein bisschen Holz. Ist ja auch schön, wenn wir dann brauchen. Timber! Butz. Und da segelt er ab. Es wäre so geil, wenn er jetzt in die Barrikade einreißen würde. Ich würde mich todlachen. Aber nein. Da fehlte ein wenig der Schwung. Grösant heben. Gleich sehr wohl. Baum. Juri, ich gebe alles. Die Frage ist, kommen wir auch wieder runter, ohne uns die Beine zu brechen. Das war doch wieder clever, Markus. Gut, dass du immer erst nachdenkst und dann handelst. Oh, ist das so. Herrlich. Herrlich. Können wir unser Zuhause sehen? Ist die Fischerei? Nein, ist das da bestimmt. Dieser Weinhandel, der müsste da hinten unser Zuhause sein. Wo ist das da? Ne, das da ist es bestimmt. Ja, also. Bombastisch. Hier wird ja noch was geliefert. Und da ist Schnee. Und ein Gebäude. Und noch ein Gebäude. Das ist Ödland. Und ich glaube, dahinter ist die Wüste. Da ganz hinten am Arsch der Heide. Jo. Schön. 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 Was soll ich sagen? Schön. Ah, hier. Da. Habe ich ja gleich schlechte Erinnerungen. So, steht hier irgendwo, wann der Affe aufmacht? Meine Fresse. Bürgerformule. Bla, 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 bla. Aber dann können wir es vier Punkte verteilen. Das ist ja auch schön. Ich glaube, ich handel jetzt eh nicht mit dem. Können wir das hier schon machen? Jo. Bessere Sachen kochen. Klingt immer gut. Und langsam mal auf Schmiede zuarbeiten. Putz. Learn to build vehicles from junk in the wasteland. Und vehicles can be assembled from parts without this perk. Jo. Ein Fahrzeug, wenn mal was fein ist, ne? Advanced Engineering. Kann ich Waffen bauen? Physician. Treat medical conditions and craft. Advanced medicines. Jo, brauchen wir eigentlich nicht, ne? Uns reichen jetzt mal die Verbände. So, dann machen wir... Achso. Kostet jetzt schon zwei Punkte. Scheiße. Hm. Dann warten wir noch ein bisschen. Denn so langsam... Ich glaube, die haben jetzt schon ein höheres Level. Machen wir zwei neue. Mache ich genug Eisen dafür? Machen wir schon einen Eisenknüppel bauen? Nee. 100 Eisen. Die habe ich jetzt nicht. Kann ich wahrscheinlich nicht mal reparieren. Doch, reparieren kann ich den. Das ist schon mal gut. Aber auch nicht toll. Gut. Den können wir mal zerlegen. Machen wir uns einen neuen. Pflanzenfasern. Wenn ich eine Sache hasse, dann sind das Pflanzenfasern. Alter. Immer wieder. So. Die Sterneangst. Mal gucken, welches Level. Überall drei. Ein Level höher. So. Sechs Uhr. Zeit zum Arbeiten, Junge. Mal auf die Hürde. Wie bei The Forest mit diesen Turtleshells hier runtersegeln. Wäre auch richtig gut. Wuhu. So, Keule. Da steht open. Mal auf jetzt. Geht doch. So. Hast du fein gemacht. Was gibt es denn hier so schönes? Schneebeeren. Kaffee. Ja, alles. Tinnif. Absolut der Tinnif. Ein Schlafsack. Den ich mitnehmen kann. Das hingegen ist geil. Kann ich mir hier Werkzeug craften? Was habe ich denn schönes? Oder kann ich das noch nicht? Fortgeschrittenes Werkzeug. So eine schöne Feuerwehr-Axt. Werkzeug und Feier. Geil. Ich kann Eimer machen. Yeah. Super gut. Ein Glück, wenn ich das nicht könnte. So. Ist eine Eisenspitze? Okay. Ich schmiede jetzt Eisen. Ich habe einfach zu wenig. Ich könnte mir hier einen schönen Hammer machen. Eiserne Feuer-Axt. Das ist scheiße. Drei. Echt jetzt. Ätzend. Ha. Bus. Alter. Das raunst mir hier so ins Ohr. Kaputte Forge. Naja. Mal gucken. Was macht der? Ah, ich. Gehe erst mal mit ein Kojo sprechen. Vielleicht hau ich ihm das mal kaputt. So. Wo kam das jetzt her? Deine. Ha. Moin. Hast du Jobs? Wetsch, wetsch. Clearzombies. 2,2 Kilometer. Ist ja ums Eck. Vergrabene Vorräte. One of my career has had a little run. With a cazador lecky. Aha. Lecky. 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 He was able to lose him but had to bury the shipment. And I'm only interested in our supplies. You can keep the rest of the loot. Be warned. This corner isn't playing with a full deck. So the mark on the map may be a little off. Don't forget. You're going to need a shovel. Jo. Machen wir. Honor in these dark times. Ja. Dann muss er hier die Ehre besagen. Moin Moischen. Wir haben Job. Ist das gut. Wird die auch irgendwo angezeigt? Weiß jetzt. Buried supplies. Warte mal hier. Sehr schön. Wo ist das denn? Vielleicht ist das ja... Auf dem Weg nach Hause. Hallo? Company. Kommen die wieder... Jo. Den Berg runtergekrachst. Die haben ja auch ein Leben lang kam nichts besseres zu tun als hier über den Berg zu kriechen. So. Ruhe. Aha. Da hinten glaube ich. Ja das ist doch quasi zu Hause. Nur ein bisschen weiter raus wieder. Da wo wir angefangen haben. Das ist ja super gut. Die Frage ist, muss ich ihm das wieder bringen? Ich würde sagen, wir gehen jetzt alles rum, oder? Wir gucken wie die Karte. Wir haben eh relativ viel im Inventor. Da kann man das mal machen. Außerdem sind wir wahrscheinlich noch mehr Zombies. Auch die Fretze. Immer feste Truff. Oh, ich muss das Bein brechen. Das wäre schadhaft. Mülldurchsteller. Müll, 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 Müll. Das ist erstaunlich, wie viel Müll in diesem Wald liegt. Ich bin da vielleicht ein bisschen verwöhnt. Bei uns sieht das nicht so aus. Wo ist denn der Förster? Sollen wir jetzt einen Job machen? Kann auch nicht angehen. Mal Eier. Können wir was trinken. Schub. Hm. Kursantim-Tee. Nicht, dass ich jemals davon gehört hätte. Aber mhm. So lecker. Hallo. Hier ist Helpflecht. Bats. Hat ja auch nicht so viel gebracht jetzt, ne? Tut mir auch echt leid. Blablab. So, jetzt kommen wir ja gleich hier. Schlau, 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 schlau. Putz. Moment. Beim nächsten Level. Da können wir dann wieder bessere Sachen bauen. Sehr gut, sehr gut. So, dann sind wir auch schon wieder am See. Oh, mir geht's so schlecht. Mir geht's so schlecht. Zeig dir, was schlecht ist. Assi. Los ab, ey. So. Gehen wir das schon? Gut. Da gucken wir rein. Da gucken wir rein. Wirklich komisch. Ja, beigebrochen. Mein Mitleid hält sich in Grenzen. So, die Nummer hier kenne ich schon. Da kommen die wieder aus den Zelten rausgestürmt, wie die letzten Besessenen. Also nähern wir uns langsam. Machen Spätkrach. Ich kenne ja auch schon. Die Viecher sind auch echt assi, ey. Machen wir noch einen. Komm. Bats. Fliegen aber auch supergeil um. Also, muss man dem Spiel herlassen. Was? Ich hab da hier noch einen gehört. So. Hab ich jetzt langsam genug Krach gemacht? Ah. Guck mal. Komm, Butschi. Ey, Power-Technik. Richtig gut. Ach, das sei der. Woo! Baseball. Irregut. Ja, aber wie versprochen. Komm, hier raus. Eier, die Blöden. Woo! Das war knapp. Alter. Hab ich mich verjagt? Blöder. Penne. Pass jetzt mal vor. Bin auch selber schuldig, den ich nicht vernünftig geguckt habe. Ich schlage dich. Gern Sonnenschein. Und level up. Ich glaub, ich hab die Erfahrung ein bisschen zu hoch gebolzt. Krieg ja hier alle. Was ist das? Was habt ihr hier? Verwittete Sporttasche. Hätte ich mir denken können. Guck mal. Die pennt noch. Ja, hi. Oh, hier gibt's Mais. Mais find ich gut. Ruhe. So, Ruhe. Das ist bestimmt noch nur einer. Ich traue dem Frieden noch nicht. Oh, was? Oh, dieser scheiß Flügelviecher, ey. Meine Fresse. Assis. Na, wo seid ihr? Ich höre euch. Da. Ab durchs Kornfeld. Und mich wieder auf den See. Und die Decke. Hallo, Mäuschen. So, und hier kommt keiner raus. Kann ich euch das glauben? Ist echt Ruhe. Das wird toll. Keiner drin. Hier werden Schätze. Schätze, ich sag's euch. Tasche. Schätze verbuddelt. Kompositbogen. Den nehmen wir mit. Ich glaube, bevor wir die Quest machen, dann würde ich nochmal nach Hause den ganzen Scheiß wegbringen. Und hier gibt's Tools. Oh, ich hab Hoffnung. Ich hab so Hoffnung. Komm. Gib mir eine neue Rohrzange. Und, und, und. Ach, am Arsch, ey. Super. Elektrorelais. Und das Wiretool kann vielleicht nochmal ganz cool sein. Oh, nervt das, ey. Ich muss vielleicht doch erstmal so eine Workbench bauen. Putz, 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 putz. Den Mais nehmen wir mit. Können wir Maisbrot machen. Mit quasi null Nährwert. Es isst sich wie Müll. So, das war's auch schon. Naja. Naja. Gut. Hätte jetzt schöner sein können. Aber gut. Irgendwann ist hier Ende. Soweit. Oh, ein bisschen. Ein bisschen ich noch. Und ich würde sagen, heute passiert hier auch nicht mehr viel. Ich bring den Scheißkram jetzt einfach nur noch in die Base. Und in der nächsten Folge starten wir dann in der Base mit leerem Inventar. Und kicken einfach mal. Was die Quest so mit sich bringt. Und ich glaube in dem Haus waren wir schon, oder? Ja. Da waren wir eben gerade. Gut. Dann würde ich sagen, habt euch wohl. Genießt das Wochenende noch. Und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdson.